Warum denn nicht? Mach es einfach! Merkwürdige Heilmittel. Wie steht es in eurer Vorräte? Ich weiß nicht, wer das herausfand, aber sie ist wirksamer, wenn sie von ertrunkenen Halbverdaut wurde. So ein Gesicht habe ich auch gedacht, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Glaub ich dir. Spinnst du oder was? Ich empfehle Handschuhe. Oh Gott, also Nekrose ist ja, wenn Teile absterben. Also einfach nur quasi die Verbreitung des Todes in den Teilen. Und diese Pflanze soll dagegen helfen. Vor allem am besten, wenn Tote sie vorher gefressen und Halbverdaut haben. Oh, da ist eine Quest. Hufflucht suchen. Die markieren wir uns mal. Und machen wir vielleicht sogar... Ne, das sind unsere. Okay, okay, okay. Wir gehen jetzt erstmal das Einsame. Aber merken uns mal diese Markierung. Alles klar? Alles klar soweit. Das ist ja ein... Das ist ja ein Schrein mitten in der Stadt. Ach ne, das ist gar nicht in der Stadt. Das sind viele Gegner hier. Wow, die habe ich gar nie gesehen, ey. Krass. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Leck, leck, leck. Hör auf zu lecken. Wer hat dir erlaubt zu lecken? Wer hat dir erlaubt zu lecken? Das ist ja ein Schrein. Ich brauche mehr Zeit. Ah! Ach! Oh, oh ma-mah-mah-mah Aua maua, aua maua. Noch drei Stück. Schali. Dann noch mal nach oben. Nicht respawned. Dann gehen wir noch ein bisschen hoch. Aber da müssen wir einen Umweg laufen. Sehe ich gerade. Einen kleinen. Weg die Barrikade. Lass mich durch. Ich bin der Landfürst. War das Landburg? War das Landburg? Ein dummer Spruch von Bud Spencer. Ich bin der Trisce. Soll. ... Perfekt, alles voll und zurück teleportieren, macht auch Sinn hier. Na, hier brauchst du wohl. Das kann ich hier nicht tun. Äh, wo lauf ich denn hin? Oh, du hast doch Info für mich. Seht aus der Schulter, nicht aus dem Handgelenk. Hol uns die Besten, werdet ihr es nie lernen. Seht aus der Schulter, nicht aus dem Handgelenk. Ja, macht Sinn. Ja, okay. Er unterrichtet einen Bogenschützen. Ich selber kenne mich natürlich überhaupt nicht mit dem Bogenschießen aus. Also wenn ich sage, es macht Sinn, habe ich null Ahnung. Äh, ich habe euer Magenkraut. Diesen Geruch kriege ich nie wieder aus der Kleidung. Gut, dass wir ja keine Kleidung tragen, ne? Wir sind ja nackig. Mecker nicht. Ne, danke. In die Teergruben mag ich nicht. Das stinkt. So. Als nächstes wieder da runter. Mal schauen, wie es da weitergeht. Och, sieben Minuten geht die Folge erst. Och, das ist schlimm. Ich mache ungern so kurze Folgen. Aber bei den Nebenquests ist es halt so. Dafür haue ich dann vier oder fünf Folgen am Tag raus. Tut mir leid, Leute.